Ein weiteres Praxisbeispiel für Bildbearbeitung mit DxO-Photolab 6 Bevor wir beginnen, kurz ein paar Neuigkeiten über diese Software. DxO-Photolab hat den prestigeträchtigen TIPA World Award 2023 für die beste professionelle Bildbearbeitungsanwendung gewonnen. Für diese umfassende RAW-Bildbearbeitungssoftware ist dies das vierte Jahr in Folge und das achte insgesamt, in dem Fotolab diese Auszeichnung erhalten hat. So ähnlich steht's in der Pressemitteilung und ich kann dem nur zustimmen, die haben es verdient. Die Krone auf dem Bildbearbeitungsmarkt ist hart und kämpft. Sich gegen Photoshop, Lightroom, Capture One und OnOne durchzusetzen ist nicht leicht. Auch bringe ich frohe Kunde für alle Fuji-Fotografen, die eine Kamera mit dem X-Trans-Sensor benutzen. Die Deep Prime XD-Verarbeitungstechnologie ist jetzt vollständig mit Fujifilm X-Trans-Sensoren kompatibel. Das waren zunächst mal die aktuellen News von und über DxO. Und jetzt wollen wir uns in ein weiteres Bildbearbeitungsabenteuer stürzen. Diesmal geht es um fragile Bildelemente, die sich nicht so einfach mit ein oder zwei Werkzeugen optimieren lassen. Wir wollen diese Aufnahme hier so bearbeiten, dass dabei diese hier entsteht. Wenn euch das interessiert, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo zusammen, danke fürs Einschalten. Wer DxO-Fotolab noch nicht hat, findet einen Link zu einer Testversion in meiner Videobeschreibung. Benutzt ihr meine Links, unterstützt ihr damit meinen Kanal, indem ich eine kleine Provision erhalte, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. Dieses Foto zeigt eine Orchidee in voller Blüte, eine Oncidium ampliatum. Einige davon wachsen in meinem Garten, die meisten epiphytisch, in Astgabeln. Diese hier auf einer Natursteinmauer. Sie blühen nur kurz im Schatten des Nebelwaldes einige Wochen, in der prallen Sonne wie bei dieser Pflanze hier nur wenige Tage. Das Problem der extremen Lichtunterschiede, hier sichtbar an den viel zu hellen Lichtflecken auf den Steinen, das hätte sich am besten bei der Aufnahme vermeiden lassen, nämlich mit dem Einsatz eines Diffusors. Aber ich war mit einem anderen Problem beschäftigt, dem Wind. Der versetzt diese bis zu zwei Meter langen Blütenresten in eine Bewegung, die den Blutdruck jedes Fotografen in die Höhe treibt. Diese Blüte hier hatte nur 80 Zentimeter. Trotzdem hat es mich den letzten Nerv gekostet. So entstand also diese Aufnahme. Obwohl ich die Belichtung um minus 0,5 reduziert hatte, macht die Aufnahme einen leicht überbelichteten Eindruck. Sehen wir uns dagegen das Histogramm an, sieht es gar nicht so aus. Die Belichtung scheint recht ausgewogen. Doch was zählt? Letzten Endes ist es der visuelle Eindruck des Betrachters. Und der ist konfus. Die Fokussierung auf das Hauptobjekt fehlt. Das Star des Bildes die Blüte gerät ins Hintertreffen vor lauter grünem Salat, Gemüse. Die Umgebung lenkt zu sehr ab. Da es sich um ein RAW-Format handelt, fange ich auch hier wieder mit dem Entrauschen an. Und zwar mit DeepPrime XD. Dazu verschiebe ich zunächst mal dieses Auswahl-Dreieck an eine Stelle, die etwas aussagekräftiger ist. Wir sehen die Überarbeitung lediglich in diesem kleinen Bild hier. Dieser vordere Bereich dieser Blütenrispe ist der scharfe, gut fokussierte Teil. Bereits der untere Teil ist wieder etwas unscharf und der hintere ebenso. Wir haben es zu tun mit einer Aufnahme mit 200 ESO bei Blende 2 und einer 1.500 Sekunde. Damit sind wir mit den Details schon fertig. Objektivschärfe, chromatische Aberration, das ist durch die optischen Module schon vorgegeben und auch bereits voreingestellt. Wir gehen zur Belichtung. Smart Lighting ist ebenso auf leicht voreingestellt. Hier können wir jetzt etwas experimentieren. Ich gehe mal auf stark. Dadurch wird der Hintergrund noch heller. Das ist absolut kontraproduktiv. So wäre das schon besser. Oder punktuell. Es werden keine Gesichter erkannt. Ist auch kein Wunder. Und ich ziehe hier mal ein Auswahl-Dreieck auf für eine typische Belichtungssituation. Und damit können wir schon zufriedener sein. Ja, allerdings wird auch hier der Hintergrund heller. Ich lasse die XO Smart Lighting also komplett ausgeschaltet. Verstecke es und wir gehen zu Clear View Plus. Sieht immer besser aus. Der Kontrast wird beim Mikrokontrast automatisch von der KI auf 16 gesetzt. Wenn ich mir das Histogramm ganz links oben anschaue und den Kontrast höher ziehe, sehe ich, dass ich mit den Rot- und Grün-Teilen bereits oben anstoße. Ich lasse es also etwa bei Plus 15. Als nächstes sehen wir uns die 1-zu-1-Ansicht an. So, in diesem relativ scharf abgebildeten Bereich. Und ich blende das Clipping ein. Das ist zu viel. Wir müssen also die Spitzlichter so weit zurücknehmen, bis diese blauen Clipping-Überlagerungen erträglich geworden sind. Einige von der Sonnen beschienene, grellweiße Teile, die dürfen ruhig bleiben. Das ist nicht weiter tragisch. Jetzt haben wir die Spitzlichter um 34 Punkte runtergesetzt. Und könnten die Mitteltöne noch ganz leicht anheben. Ich gehe wieder, übrigens mit der Taste F3, in die Gesamtansicht. Wir ziehen die Schatten noch ein bisschen nach unten. Die Tiefen allerdings nicht. Denn wir sehen, am linken Rand des Histogramms ist kein Platz mehr. Da lasse ich das Clipping für die Tiefen auch noch einblenden. Sehen wir hier sogar einige quatze Teile. Da wir mit dem Hintergrund aber noch anderes vorhaben, lasse ich das gerade mal so. Und wir kommen zur Gemüsebeilage. Diese Blätter und die Bulben der Orchidee sind etwas zu dominant. Hier möchte ich ganz gerne die Sättigung etwas reduzieren und die Helligkeit. Das passiert jetzt mit dem Modul Farbe. Hier haben wir im HSL-Bereich das Farbrad. Ich klicke die Pipette an und wähle mir ein Grün aus. Nehmen wir mal hier so ein Grün. Sofort wird hier der Grünkanal aktiviert und die ganze Bandbreite der erfassten Farbe. Ich habe den Radius der Pipette auf nur 5 Pixel eingestellt. Wenn ich den höher einstelle und nochmal klicke, dann verschiebt sich dieser Bereich hier ganz deutlich. Ich lasse die ganz gerne auf 4-5 Pixel stehen. Das reicht eigentlich. Einen etwas dunkleren Bereich bitte. Drücke ich jetzt auf einen der unteren Punkte im Farbrad und halte die Steuerung-Taste gedrückt, sehe ich aufgrund der noch farbigen Bereiche, was in diesen ausgewählten Farbbereich fällt. Ihr seht, wenn ich das Rad nach links schiebe, verringert sich der aufgenommene Farbbereich. Ich möchte nur das Grün haben. Gehe ich zu weit nach rechts, kommen gelbe Farben rein und die Blütenrispe wird mit erfasst. Am deutlichsten können wir das sehen, indem wir diesen ausgewählten Farbbereich jetzt ganz einfach mal mit der Sättigung auf 0 setzen. Wir können die Luminanz auch noch reduzieren und wir sehen, die Blütenrispe wird fast nicht betroffen, lediglich dieser Bereich des Grün. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter nach rechts, um mehr von den Grüntönen zu erfassen. Ja, das sollte eigentlich schon reichen. Natürlich möchte ich weder Luminanz noch Sättigung auf 0 setzen, sondern die Farbsättigung vielleicht mal auf minus 50 reduzieren und die Luminanz etwas runterziehen. Denn das kann ich sogar etwas weiter machen, auf etwa 70. Erfasse ich jetzt mit der Pipette einen vollkommen andersfarbigen Bereich. Mit der Taste F4 wähle ich jetzt wieder die 100% Ansicht. Wundert euch übrigens nicht, falls das so verpixelt und gruselig im Hintergrund ausschaut. Die Wirkung unserer Deep Prime XD Bildverbesserung sehen wir erst nach dem Export oder in diesem kleinen Vorschaufensterchen. Aber wem hilft das schon? So, bei der Farbe war ich ja. Immer noch die Pipette und ich klicke auf einen möglichst gelben Bereich. Und ihr seht, ein anderer Farbkanal ist ausgewählt worden. Das hier, das war der grüne Kanal und das ist der Gelbkanal. Insgesamt haben wir acht davon. Von Rot bis Lila, was ist das? Pink, na gut, Magenta vielleicht. Aber wir sind jetzt im Gelbkanal. Die bearbeiteten Kanäle wie der Grünkanal hier haben einen Punkt. Im Gelbkanal haben wir noch nichts gemacht. Wir haben ihn nur ausgewählt. Weil dieses Gelb ziemlich uniform ist, haben wir einen sehr schmalen Bereich, den ich lassen kann. Hier möchte ich die Sättigung um sieben Punkte erhöhen und die Luminanz ebenso. Wir schauen uns das mal im Vorher-Nachher an. Denn die Sache mit der gelben Blüte hier unten ist sehr subtil. Die Helligkeits- und Sättigungsänderung im links-untengrünen Bereich dagegen umso deutlicher. Und jetzt hat der Gelbkanal ebenfalls seinen Punkt. Ich klicke wieder auf die Pipette, auf das Werkzeug. Sonst bleibt uns das ewig erhalten. Ich gehe mit F3 wieder zurück in die Gesamtansicht und möchte als nächstes diese hellen Flecken hier oben und hier unten weg haben. Das heißt weg, kriege ich sie nicht, aber ein bisschen dunkler. Dazu brauchen wir eine lokale Anpassung, weil wir ja nur diese Bereiche beeinflussen wollen. Ich klicke auf das Maskierungswerkzeug und wähle den Pinsel. Den ganz einfachen, gewöhnlichen, ordinären Pinsel mit einer Deckkraft von etwa 60-70% plus 100 Konturverlauf setze ich auf etwa 70. Und die Größe, die beeinflusse ich mit dem Mausrad, während ich die Steuerungstaste gedrückt halte. Und jetzt klicke ich einmal hier rechts oben hinein. Sofort erscheint die Maske mit dem Namen Pinsel. Wir haben jetzt allerdings noch nichts dran gemacht. Das passiert mit diesem Werkzeug, dass wir mit einem Klick auf die Maskenmitte ein- oder ausschalten können. Und damit möchte ich nun die Mitteltöne und die Lichter etwas reduzieren. Noch ein bisschen mehr. Mitteltöne auch noch ein Stückchen dazu. Ich kann jetzt auch die Deckkraft ruhig auf 100% setzen. und wähle eine zweite, nämlich rechte Maustaste und noch einmal ein Plus. Gehe in die 100% an sie, ziehe mir das runter und ziehe hier einen Strich. Hier ein bisschen, da etwas, hier etwas größer. Und in erster Linie hier oben. Habe ich jetzt noch was vergessen? Wieder ein bisschen kleiner. So, ich gehe wieder in die Gesamtansicht und suche mir den richtigen Maskenanzeiger, um ihn nicht mit dem hier oben zu verwechseln und ziehe wieder die Lichter runter und die Mitteltöne. Jetzt fehlt uns das Gleiche noch für diesen unteren Bereich. Ich möchte nicht auf 100% vergrößern, sondern auf etwa 75% immer noch zu viel, auf 50% so, dass ich diese Lichtflecken, diese Sonnenflecken gut im Griff habe. So, einen neuen und wieder den Pinsel. Wieder die Spitzlichter ziemlich weit runterziehen und die Mitteltöne ebenfalls. Es ist absolut unschädlich, während wir zwischendurch etwas sozusagen übers Ziel hinausschießen. Hier möchte ich das nicht, denn den Konturverlauf zurück, denn dann beeinflusse ich doch zu sehr die Blüte. So, schauen wir uns das Ganze in der Gesamtansicht an. Damit bin ich noch nicht ganz zufrieden, hier noch ein Stückchen und dann könnte ich noch über diese Bereiche gehen, die nicht sehr hell sind, aber auch etwas störend. Ich schließe das Maskenwerkzeug und sehe, das ist noch nicht ganz in Ordnung. Also, ein letztes Mal gehe auf die Gesamtansicht. Das war es doch hier. Aha, jetzt weiß ich weshalb. Wir haben zwar den den Pinsel benutzt und gemalt, allerdings vergessen, die Maske entsprechend zu bearbeiten. Hier genau das Gleiche. Nur maskieren, nur pinseln, bringt nichts. Ja, so stimmt es. Jetzt ist mir allgemein dieses Drumherum noch etwas zu hell. Immer noch die Sache mit dem Gemüse. Das könnte ich jetzt versuchen, was das Gemüse betrifft, wieder mit einer Maske zu machen, allerdings mit einem Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Ich setze den Kontrollpunkt hier umhin, vergrößere den wirksamen Radius etwas, reduziere die Sättigung, wo haben wir sie, hier, und die Belichtung. Ebenso noch mal die Spitzlichter, weil es sind kaum welche drin, aber Mitteltöne und Schatten sind dabei. Der Mittelpunkt dieses Kontrollpunktes steuert, welcher Bereich und welche Farbe damit gemeint ist. Setze ich das jetzt über das Gelb zum Beispiel, wird in dem Kreis des Kontrollpunktes das Gelb dunkler. Ich möchte das aber nur für diesen Bereich haben. Ich kann den Kreis noch etwas erweitern, ohne dass die gelbe Blüte davon beeinflusst wird, denn der Mittelpunkt sitzt nicht über Gelb, sondern über Grün. Diesen Kontrollpunkt dupliziere ich jetzt und ziehe ihn an eine andere Stelle, etwas weiter unten. Etwa so, um das Gelb nicht zu gefährden, ziehe ich das wieder zurück. Wiederum duplizieren und auf eine andere Stelle ziehen. Ihr seht, ganz einfach ist es nicht. Könnte hier die Spitzlichter noch runterziehen. Schwarz wird unnatürlich. Das bringt gar nichts, wenn ich die Schatten runterziehe, dann aber einen schwarzen Hintergrund. Das möchte ich nicht. Nochmals duplizieren, anpacken und runterziehen. Nein, nicht zu sehr ins Gelb, sonst wird die Blütenrispe beeinflusst. Ein letztes Mal. Vielleicht auf diesen Punkt. und ein letzter Kontrollpunkt mitten ins Gelb. Ich nehme mal dieses Gelb hier und ziehe bei ihm Vibrance Vibrance und die Sättigung etwas nach oben und die Mitteltöne und schauen uns an, wie das wirkt. Wenn wir auf dieses Auge klicken, wird es grau und der Vorherbereich ist sichtbar. Klicke ich das Auge wieder an, ist der Nachherbereich sichtbar. Sehr groß ist der Unterschied nicht. Ich blende mit dem Klick aufs Zentrum nochmal das Werkzeug an. Gehen wir mit der Belichtung nach oben. Ich blende das Clipping mal wieder ein. Ja, dann sehe ich, wenn ich das vergrößere, doch ganz deutlich die Überbelichtung. Wenn ich jetzt die Spitzlichter runterziehe und die Mitteltöne und die Schatten ganz leicht anhebe und auf Vorher klicke Jetzt und auf Nachher Ja, ich denke so könnte man es lassen. Was ich noch möchte, ist der Kontrast. Nur der Kontrast ist gelb, so dass die blauen und grünen ausgefressenen Teile nicht zu stark werden. Zurück in die Gesamtübersicht. Werkzeug aus. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt, wobei das Grün jetzt etwas zu dunkel geworden ist. Ihr seht, es ist ein Hin und Her Schieben, ein Ausprobieren. Ich gehe wieder in den Grünkanal und habe im Grünkanal die Sättigung runtergesetzt und die Luminanz, das haben wir überlagert durch die Kontrollpunkte bei der lokalen Bearbeitung. Ich setze das also wieder zurück und es sieht für mich besser aus. Um die Sache jetzt noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, gehen wir zu den Spezialeffekten und zwar zum Miniatureffekt. Ich klicke das Werkzeug an. Bokeh ist auf 40 symmetrisch eingestellt und die Bokeh Form kreisförmig. Ich glaube kreisförmig Soft. So möchte ich das haben. Ich gehe nur mit der Maus kurz rüber, ohne dass ich geklickt habe und schon erscheint der Effekt. Ich schiebe die Mitte hier etwas herüber, drehe mit einem der äußeren Punkte und ziehe sie etwas nach innen. Ich deaktiviere die symmetrische Position, dann kann ich jeden für sich drehen oder verschieben. Ja, so etwa und den hier etwas nach unten konisch zulaufend. das ist der Übergangsbereich, den kann ich jetzt ruhig hier etwas weiter ranziehen und den auch und die das Poké, das ziehen wir jetzt mal auf 50% drauf. Ich schalte das Werkzeug wieder weg und deaktiviere den Effekt und aktiviere ihn wieder und genau so gefällt es mir so möchte ich es haben. Hat euch dieses Video gefallen? Dann zeigt es mir ruhig mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert habt oder es noch tun wollt, bitte vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann werdet ihr benachrichten, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ich hoffe also wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin macht's gut, und vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ciao.